So ihr Freunde, ihr seht ihr hallo und herzlich willkommen Let's play The Wolf Among Us Episode 3 Hooked Mile Hooked? Cooked? Cooked Mile? Mile irgendwas? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin Nickels Herzlich willkommen zum Let's Play mit mir Ich bin so ein bisschen im Kopf ziemlich kaputt Ich nehme immer noch die erste Folge auf Oder nach der ersten Folge am ersten Tag immer noch des Releases Und bin einfach so geflasht von The Wolf Among Us Das ist einfach mal wieder Wahnsinn Und ja, ich kann mir natürlich euer Feedback von Folge 1 noch nicht reinziehen Wie gesagt, ich bin immer noch in der ersten Aufnahmesession Liegt darin, dass ich morgen viele Termine habe Die Omi lädt zum Essen ein Das ist aber gar nicht interessant Wir sind in Crane's Office Und durchsuchen alles, denn der Spiegel wurde zerstört Buffkin hat versucht ihn zu reparieren Ein Stück fehlt, das wird Crane mit sich genommen haben Also durchsuchen wir alles, was Crane so gehört Quasi gute alte Polizeiarbeit Los geht's Okay, wir fangen mal hier an Da ist ein Schlüssel Was ist es? Es ist die Schlüssel, die öblichen Hörer Du hast mir noch nicht gesagt, was da drin war Ich will wissen, was ich wissen Ich muss wissen Crane war ein Schmerz, Lily zu leben, aus einer Fantasie So krank einfach nur Wenn er mich auf dem Elevator befindet oder mich außerhalb Es ist nur so viel, was du repressen kannst, du weißt? Snow, du... Du könntest nicht wissen Nein, ich könnte es Komm, wir gehen Drei Briefe Oh, ich wollte es gerade was trinken und dachte, er liest das vor, aber irgendwie muss ich das wohl selbst machen Ichibut Crane So 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 Ich bin sicher, du bist beschäftigt, aber ich glaube, das sollte eine Priorität sein. Wailen-Smith Ich schreibe ihn nochmal oder erneut, um zu fragen, ob sie bitte jemanden oder endlich jemanden schicken könnten, der die Lüftung bzw. die Klimaanlage in unserer Einheit reparieren würde. Es brennt, also es ist burning up in the apartment and Pinocchio says his skin is splintering. Es ist kochend heiß in unserem Apartment und Pinocchio sagt, dass seine Holzbeschicht oder dass sein Holz anfängt zu splittern. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich glaube, dass jemand etwas groß ist und ich würde sehr gerne, wenn du da etwas fixest, wie wir da drei Monate vorhin gefragt haben. So, also, ich weiß nicht genau, was es bedeuten soll, wenn er das sagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon etwas ziemlich groß zu bedeuten hat. Ich würde mich wirklich freuen, wenn sie jemanden schicken könnten, der es repariert, wie ich sie schon drei Monate zuvor gefragt habe. At the very last provide, as a fan in the meantime, since Lee, Boy Blue. Ähm, falls es, also im Anführungszeichen, ich würde es so schreiben, falls es nicht möglich wäre, ähm, oder würden sie wenigstens ein, ähm, hier nicht föhnen, wer ist es denn, ein, ein Ventilator, ähm, aufstellen oder stellen, bereitstellen, äh, um die Zwischenzeit zu überbrücken. Boy Blaine, wer ist Boy? Kenne ich auch nicht. Und der letzte Brief, den kann ich eigentlich so mal wieder vorlesen. Mr. Crane, you said... Moment. You said you'd pay to have the plaster redone in my buildings after the last ingredient in 204. It's failing of the fucking walls. Please fix it, I can't rent out that room as it is, and I've already been waiting for days. Not to mention you already promised me you'd send someone to fix the big crack in the glass on the front door. Well, guess what? It's worse now. Get your shit together, Mr. Toad. Mr. Toad, ich glaube ich, der Froschkönig, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ein Frosch aus dem Märchenwald. Und ja, im Endeffekt ist da halt in der Eingangstür ein großes Loch in der Glasscheibe und, ähm, er hat schon mehrere Male angefragt, ob das nicht eigentlich repariert werden könnte. Und, ähm, ja, so, der letzte Satz ist ganz geil. Ähm, ich hoffe, du würdest endlich jemanden schicken, wie, ähm, wie sie es versprochen haben, damit dieses verdammte Dor, ähm, das verdammte Loch im Fenster geschlossen würde und raten sie mal, was jetzt ist. Es ist schlimmer! Bam! Get your shit together, Mr. Toad. Toad ist ein Arschlanger. Offensichtlich nicht. So eine falsche Schlange. Die Schublade, was ist da drin? Aufbrechen. Erstmal aufbrechen. Ey, ohne Scheiß, ich finde Snow und Bigby sind ein richtig geiles Pärchen. Ich stehe auch auf die beiden, also... Ja, ich stehe auf Snow, aber ich stehe halt auch auf die beiden als Pärchen, finde die passen gut zusammen und Snow ist eine wunderbare Person, also ohne Scheiß, ein super Charakter. Ich glaube, das ist das Buch um Farbegegenstände oder Überfarbegegenstände. Der Ring of... Es ist ein Ring, zumindest. Aufgelell, Alter, man ist scheiß. Der Ring of... Es ist ein Ring. Es muss sein, das das die Wälder sehen wird. Warte, was? Welcher Wälder? Welcher Gespräch? Er hat jemanden aufgerufen. Er sagte, er musste seine Wälder sehen. Oder er hätte sich an die Wälder auf das, wer das ist. Ja, es so war, wie der, der aus dem, der seine ... ... äh... ... Glamour von. Ich bin sicher, dass es sich um dieses Ring. Sie müssen ihn haben. Warum nicht das vorhin? Niemand fragt mich. Bufkin! Und ich bin aufgerufen. Ich bin sorry. Oh, ohne Scheiß. Buf... Bufkin ist der unnützste Typ. Was? Das sagt er mir jetzt. Bluebeard, das ist nicht der Zeit. Ist die Mirror fixiert, oder ist es nicht? Ich hab' mit... Ich hab' mit... ... um zu sehen, ob du wusste, wo Crane sein könnte. Und das war's. Okay? Und ich bin sorry, dass ich nichts mehr gesagt habe. Well, du hast das und ich weiß. Die Kette ist aus dem Bag. Also, können wir finden den Dull Pervert? Oder nicht? Ich hab' mit. Ich versuche es, aber ... Bluebeard, kommst du hier raus. Das ist nichts von deinem Wissen. Nichts von meinem Wissen? Crane ist der Mörder. Er ist weg. Es scheint, er hat sich verraten, dass ihr alle attempten an ihn befinden. Und jetzt ist es nichts von meinem Wissen? Wir wissen nicht, ob er ist der Mörder. Oh, bitte. Natürlich ist er. Baffken, Alter! Oh, Baffken, Alter! Oh, Baffken, Alter. Ohne Scheiße, ist so dumm. Oh. Ohne Scheiße! Ohne Scheiße! Wir wissen, ob wir die Aufmerksamkeit haben. Wer hat diese Aufmerksamkeit gemacht? Wer hat diese Aufmerksamkeit gemacht? Wer hat sie zu schünen? Wer hat sie zu schünen? Ich habe das nicht ausgeschieden gemacht. Ich habe das ausgeschieden gemacht. Ich gehe das auf die Anfragen. Okay, Bluebeard? Das macht das ein Punkt. Und jemand braucht die Aufmerksamkeit, während er so macht. Gut, dann. Entschuldige mich, dass ich die Aufmerksamkeit habe. Patriotät. Patriotät. Patriot. Patriotät. All right. Let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. Baffken. Und that he'll be there at two. So that gives us a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few shorter hours, the more you babble about it. We haven't been the ones babbling. Yeah, yeah. Just point in the direction you want me to check first. Since Lily used the glamours, she'd have known who the witch was. And I don't think Holly's burned her things yet. It would probably have the address or a phone number or something. And Bigby is free to go there if he likes. But I think the question you should be asking is just what do the two Tweedles know about this? It doesn't matter what they know. After tonight, they'd never go to their office. They're not smart enough to try and go anywhere else. The Trip Trap is the better option to track the witch down. That has to be our focus. If Holly has Lily's things, that'd probably be the safer bet. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock. I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste anymore. You just can't go up there alone, alright? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Okay. Now it's evidence. Before you had no interest. And now it's a crime scene. We can't just let Bluebeard run amok in Crane's place. Ha! He's after something. I just don't know what it is. We have to find the witch, Bluebeard. So that's where he's going. Snow had schon recht. Irgendwas stimmt er nicht. Never went anywhere. And he's upstairs right now in his pitiful penthouse crafting a fort out of couch cushions. Look, this is how a smart person would do it. So this is how we are going to do it. Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Where are you going to go, Bigby? Okay, wo geh ich hin? Geh ich mir die Sachen von Leah anschauen, die uns vielleicht eine... eine Hilfe... eine Hilfestellung geben für diese Hexe? Oder... So you leave Crane alone? And we leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No... No, I'm better off dealing with things alone. It's really hard. It's really hard. Ey, the Twiddles... die, 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 die werden mir noch richtig auf den Sack gehen. Die Tweets. Crane... Ah, Holly. Ey, wir müssen diese Witch finden, oh ne Scheiß. Ich glaub, Holly ist wichtig. Die Witches Identität muss mit Lilies Sachen sein. Ich sollte Holly sehen. Perfekt. Und ich gehe ins Appartement zu Crane. Ich werde dich später mit dir schauen. Ich hoffe, dass du weißt, was du machst. Hoff ich auch. Puh, okay. The Trip Trapper. The Bronx. Es ist 12.38 Uhr am Morgen mittlerweile. Okay, ich hab glaub ich auch ein Zeitlimit. Ich muss aufpassen. Eintreten wäre jetzt auf keinen Fall. Klopfen werde ich auch nicht. Ich werde klopfen. Sorry, wir sind kaputt. Wir sind kaputt. Leute? Ich bin ich, Bigby. Hey, schau, Woody. Es ist die Sharon. Komm mal rein, buddy. Ey, die sind ziemlich gut drauf. Find ich den nice. Friend. Was? Sie ist ein Reiseur. Ein weirriger Reiseur in search of some... ...Hospitalität, oder? Ja. Ich werde nur zwei Minuten hier sein. Ich muss nur über Lilies Sachen schauen. Hm. Whatever. Whatever. Ich will einen Drink. Anybody else will einen Drink? Grant. Swinart hat gesagt, du solltest es nicht mitmachen. Du denkst, ich gebe eine Fuck, was dieser fucking Mann sagt? Oder was du sagst? Der hat Gula in dem Tee, alter Vater. Grant. Really? You shouldn't drink right now. Have you seen Lilies things? What, wasn't burned at the funeral? Uhm. Is that stuff supposed to be here, or? Nope. Haven't seen it. Holly's asleep in the back. But you won't be able to wake her. Really? Wir brauchen die Sachen, wichtig. Wichtig. Du hast es beide Barmessatil Ambrosia. Für die Schmerzen. Schau, das Problem ist, wenn du restenst, zu weinen, zu schlafen, wie ich jetzt bin, das gibt dir einen sehr, 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 sehr guten Halt. Alter Vater. Der ist richtig, ha ha ha! Das ist richtig stammt. Scheiße, hat den Ambrosia mit Alkohol gemixt. Ja, sie hat es. Sie hat es sicher. Aber lass dir was erzählen. Ich habe das so gut in einem langen Zeit gefühlt, fett Junge. Du bist sicher, dass du nicht wirst, wo die Lillys Dinge sind. Du solltest über das Thema interessieren, weil es wichtig ist für das Fall. Was habe ich dir vorhin gesagt? Ich bin sicher, dass ich es nicht weiß. Ja, zieh dir mal noch einen rein. Das Funeral da hinten? Das war ein schütteres Schuss für eine ziemlich okay Frau. Ja. Du warst nicht da. Ich spreche mit Bigby jetzt, okay? Ja, ich kann nicht sagen, dass du da bist und das viel helfen kannst. Gren, du hast nichts zu beginnen. Wer hat nichts zu beginnen? Ich bin nicht. Jetzt kann ich nicht auf was du denkst, was du denkst. Nein? Nein. Na, ich kann es wissen. Alles klar, es ist gut. Ich bin zu entfernt, um es zu entdecken. Auch gut. Tür oder Together. Das ist ein geiles Spruch eigentlich. Mein Gott, gib mir jetzt endlich die Scheiß-Sachen von Holly. Äh, Lillys natürlich. Wir haben keine Zeit dafür, ganz ehrlich, das ist serious hier. Ja, der Woodsmann trinkt auch einen, wundervoll. Was macht ihr jetzt? Ja, ich war sorry, okay? Ich kann nichts über das tun, es ist fertig. Jungs. Digby. Äh, wir müssen dazwischen gehen, ohne Scheiß. Was mehr möchtest du? Was noch kann ich hier sagen? Kut das Scheiß raus, ich weiß nicht, was es geht. Oh, ich habe vergessen. Du hast nicht die Nachrichten gehört. Dieses Walk-In-Lard-Cake betrifft Hollis-Sister, um ihn zu verletzen, hinter all unseren Beinen. Und Holly musste herausfinden, um ihn zu verletzen, um ihn zu verletzen. Und er hat sich über die Schöne zu verletzen. Was ist das, was das? Was muss das sein? Trick after trick, von dieser Schöne und Lillys. Ich habe das nicht planiert, okay? Und unsere Sache, was es war, es war nicht ein großes Problem. Es war nicht. Ich habe sie nie immer noch nie, als sie war Snow. Und ich wusste nichts über das. Nein, aber du wusste, Holly würde es aufhören. Und du wusste, für eine ganz gute Sache. Ey, Moment ehrlich, ich will doch mal das Zeug haben, ich hab keine Zeugheit. Okay, können wir jetzt bitte endlich das Zeug haben? Die sind großfalsch. Oder? Keine Ahnung. Ich denke, das ist alles. Vielleicht auch Ogres. Danke für das. Eigentlich, Big B, wenn du mich entschuldigst, es scheint, dass ich rauskriege. Was ein Tag. Ist das richtig, Sheriff? Was ein Tag. Grain won't remember this. Er erinnert sich an gar nichts mehr. Sehr gut. Ja, nice. Toll. Die ist erstmal down. Ich glaube, die wird auch so schnell nicht mehr aufwachen unbedingt. Äh, was haben wir denn hier überall? Okay, gut. Oh, sieht gut aus. Ich glaube, das könnte sogar schon sein. Ich denke, die wacht so schnell nicht wieder auf. Äh, Touch Holly. Die. Also. Die ist zwar down, oder? Die ist down. Okay. Ja. Sehr gut. Jetzt ist der Arm weg. Jetzt kommen wir da in die Kiste ran. Äh, und was anderes können wir schon gleich mehr überprüfen. Finde ich gut. Was ist da für Zeug drin? Keine Zeit verlieren. Ich glaube, wir haben Zeitdruck da. Ohne dass wir es wissen. Da ist kein Counter nirgends vorbei. Aber wir haben Zeitdruck. Sonst hätte es am Anfang da nicht so rumgestanden. Nein. Die drei Gäste. Die drei Gäste. Die drei Gäste. Die drei Gäste. Das du, Woody? Nein. Woody? Nein, Holly. Das bin ich. Bigby. Bigby. Boss. Close. Und... Entschuldigung, aber... Ich bin nicht in die mood für entertaining. Aber... What the fuck? Ich weiß, dass du nicht verlassen kannst. Du machst, was du willst. Du machst immer, was du willst. Ja, das wird schon so ein bisschen eigensinnig. Das stimmt schon. So. Gucken wir mal. Bottle of Wine. Das ist die Fotografie. 1934er. Di Domenico. Ein wunderbarer Jahrgang. Den Abschaum. Ich kümmer mich um jeden. Du kannst das nicht glauben, aber... Ja. Ich kümmer mich um jeden, der über kam. Ich weiß nicht über das, Sheriff. Du bist Freunde mit deinen Freunden. Und wir sind nicht Freunde. Moment. Seht ihr das? Rechts auf der Seite. Was macht der da? Warum ist einer von den Brüdern? Warum ist einer von den Brüdern... auf dem Foto? Ohne Scheiß. Glammertube. Also eine Glammerdose. Ziemlich abgenutzt. Da war der Glammer drin, mit der sich... mit der sie sich wohl in Snow White verwandelt hat. Eine Brosche. Brosche? Broschür? Eine Brosche. Mein Gott. Deutsch. Furchtbar. Schlechtdeutsch. Beg Englisch. So, okay. Wichtig ist... Das Adressbook. Das... äh... Notizbuch für Adressen. Ja, Adressbuch eigentlich. Adressbook. Was heißt Adressbuch auf Deutsch, ja. So. Sei ehrlich, Sheriff. Warum gehst du nach ihm? Der Typ, der die Lilly töten. Du könntest seit langem vergangen. Aber du gehst noch. Das ist für die Glauben. Haben sie dir diesen Job für einen Grund gegeben? Oder war das die einzige Sache, die die Geschäftsführung dir machen würde? Das würde ich für die Glauben. Ich mache das für die Glauben. Na, zumindest bist du ehrlich. Du kannst nur daran erinnern. Egal. 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 Jawoll. Egal. Jawoll. Egal. Egal. Ever. Suche noch die Adresse raus. Egal. Arna, welcher? Scheiße. A new book of favorites. Hello, this is Snow White calling. I'm looking for Bigby. Is anyone there? Bigby, if you're there, pick up, okay? Snow? Hey, I just wanted to see how it was going. Did you find anything? Just an address book with her contacts initials. Not sure which one is the witch, though. Strange. These people keep growing up. Before a few days ago, I thought I knew everyone in People Town. Any ideas? You should try to go up to Crane's place. I sent Buffkin up there to check on things. Bluebeard, you know? Or you could try it between the boxes. Just make it quick. We don't have a lot of information. I'll head over to Crane's apartment. See what I can find. Okay. We'll find him now. I hope you're ready. I hope you're ready. I'll see what you want to do. We'll find him now. I hope you're ready. That's Buffkin. Bluebeard burned everything. Wie? Burned everything? Is that bescheuert? I tried to stop him, but I got here too late. What? He wouldn't listen to me. He threatened to strangle me if I got too close. There was nothing I could do. Honest. Why would Bluebeard come here just to burn all the crane stuff? Hmm. Sieht auch eigentlich ziemlich verbrannt aus. Ups. If there was something here I could use to find him. There isn't now. What a waste of fucking time. What now? Did you find any information about the witch at the trip trap? Just this. I don't know which one she is, but it's a start. Maybe I can find more at the Tweedles office. It's worth a try. Hi. I'd better go fill Miss White in on the circumstances. She's going to be very disappointed. Good luck. Excuse me. Oh, hi. Sheriff Bigby. Great, great to see you. I don't know if you remember me. I've seen you around, but you may have forgotten- I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. But you know, Crane let me go recently. Oh, yeah? Yeah, I mean, it's no big deal. So, what brings you here? I mean, can I help you with anything? Are you here to see one of the brothers? Dee or Dum? I'm sorry. They are here right now. I'm not sure when they'll be back. I was hoping to have a talk with Dee or Dum. Do you know where they are? No. They don't really keep regular hours as far as I can tell. Sorry. It's been a quiet night so far. I think the Twins are out. Probably working on a case. Sometimes I don't see them in case. They gave me the job after Crane told me to get lost. He said I was just in the way. Where is their office? Oh, right this way. I was going there next anyway. I can let you in if you want. You can wait for them there. Sure. Thanks. No problem. I'm gonna have to take a look around. Well, I guess that would be okay. Okay. I wasn't really asking for permission. Right. You're the sheriff. I just don't want to get in trouble or anything. I'm sure it's fine. I mean, they never told me not to let you in. Just keep to the back. Out of the way. All right? Right. Und scheiß, get away. Okay, warte mal. Inbox. Lollipops. No more Inbox. Zigarettenbox. Okay. Dear brother Di, I think we should get ourselves a dog. Sincerely brother Di. He actually mailt this? They do have their works. I'm sorry. You idiot. Dear brother Dom. I hate dogs and you know it. Sincerely brother Dom. Oh no. That can't be true. I know these guys can come off abrasive at times, but they aren't so bad once you get to know them. And they really care about helping people. They're kind of loud at times, but you get used to it. I guess they have to be in their line of work. They only care about helping criminals. No, I think you got the wrong idea. They help all kinds of people. They're detectives. Anyone can come in here with a problem and they'll do their best to fix it. The way Di explains it, it's like if someone lost their cat, well they could hire them to, you know, track it down. Or like sometimes, they get packages for people. They can be like couriers, you know. For who? All kinds. Come to think of it, I don't really know where they keep them. Anyway, I'm just saying, you just don't know them like I do. Sure, Flycatcher. Bureaucreative durchforstet haben und hoffentlich herausfinden wer diese verdammte Hexe ist. Um dann noch pünktlich zu dem Treffen in knapp, ja in halben Stunde oder was auch immer das ist, äh, zu gelangen. Ähm. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen auch heute wieder. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder bei Let's Play The World Among Us Episode 5. 3. Episode 3 von insgesamt fünf. Haha, sehr nice. Ich bin schon vollkommen bei Wurz, ist halt später am Abend und so weiter. So. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein liebe Leute, bis morgen 15 Uhr The World Among Us. Mit mir, der Nickels. Tschüss.